Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Batman Arkham Knight. So, ich glaube wir haben das Versteck vom Pinguin gefunden. Oder halt das Lagerhaus davon. So und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir da irgendwie eindringen können, ohne zu sterben. So, und gehen wir hier runter. Vielleicht können wir ja gleich hier rein. Oh, Haufen Schläger. Na ja, machen wir jetzt mal down. Na komm her. Na ja, komm. Jetzt ist aber Ruhe hier. Noch einer. Ah. Okay. So, ich glaube das war es jetzt. Jetzt schauen wir mal, ob wir da reingehen. Okay, ich denke mal irgendwie da oben. Aber die sind schwer bewaffnet. Das Dach ist schwer gesichert. Das ist die Schwachstelle. Okay. Wie machen wir das jetzt? Da ist auf jeden Fall so ein Maschinengewehr. Das ist wie im Batman. Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaube diesen Müll wird ihm bünden es nicht. Na ja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine heidene Angst ein. Ja, ich habe gehört, er hat irgendwas von seinem Gesicht angestellt. Ziemlich fies. Mein Plan ist zu weit weg von Scarecrow. Wer sagt sie das? Das kam von da drüben. Hier drüben. Entschuld. Feier! Rauch macht mir keine Angst, du Flee! Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet. Wirklich? Dort seite, ich sehe ihn! Mit mir das ein nach anderen ausschalten. Ich habe eh schon fast nicht mehr so viel Energie. Vier noch. Unten ist einer, den kann man eigentlich... Ich habe mich schon gefragt, wann er endlich Lust liegt. Er hat Gritte gehabt. Wenn er das mit mir versucht, wird es ihm schlechter gehen. Er steht nicht mehr. Was ist der Teufel? Wer war das? Okay, schauen wir mal, vielleicht kommen wir jetzt schon rein sogar. Ja. Leiste! Diesmal kommt er nicht davon! Wir sehen, wie schwer er verletzt. Auf den Hochzeiten! Nicht hin! Du! Ja! Er ist hier lang! Wir können ihn nicht helfen! Wir sind damit! Lassen bitte auf! Dann haben wir jetzt den Bereich sichern. Hab ihn gefunden! Hier drüben! Ach! Okay. Und nochmal, das Ganze ist gar nicht so leicht, wenn die mit den Waffen da schießen. Nimmt ziemlich viel Schaden der Batman. Aber ich schaue jetzt mal, vielleicht kann ich ja schon irgendwie ein bisschen was skillen, dass mein Anzug ein bisschen mehr aushält. Dann wäre das nie passiert! Dann wäre das nie passiert! Dann wäre das nie passiert! Wir haben vier Punkte, das werden wir jetzt mal in den Betzelt reinsetzen. Und zwar... Gegen Schusswaffen, okay. Nehmen wir das. Wir haben noch zwei Punkte. Ich glaube, die heben wir uns jetzt noch ein bisschen auf. Was haben wir hier noch? Kampf. Superbetäubung. Führe diesen Schlag nach einer Superbetäubung aus, um deinem Gegner höheren Schaden zuzufügen und ihm im hohen Bogen auf Feinde in die Nähe zu werfen. Okay, da warten wir jetzt aber noch. Wir müssen auf jeden Fall dieses Building deaktivieren. Warum hocken wir hier oben, während der Bus das Treffen abhält? Er will sicher, dass wir das hier verteidigen. Wo wie ihm? Batman! Okay, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal diese blöde Waffe dort. Was hat er mit seinem Gesicht angestellt? Wer? Scarecrow! Verdammt nochmal! Hörst du mir überhaupt zu? Doch, tu ich! Sorry, hab nur nachgedacht. Worüber denn? Wie ich aus dieser verdammten Stadt komme? Gotham! Die beschissenste Stadt Amerikas! So schlimm ist es nicht. Komm schon! Oh, komm, was ist denn jetzt? Ah! Mei! Wieder ein ganzes Ding aufgebraucht hier. Ich seh, ich bin jetzt hier drüben! Ach, scheiße, war blöd. Auf der Nordseite! Ich helfe dir! Es geht los, Jungs. Der große, böse Freak ist so weit. Ich hab ein... Eigentlich müsste man ja annehmen, dass die Leute langsam kapiert haben, dass Gesetze sie nicht schützen. Das hat noch nie geklappt. Wir haben doch mehr Rechte als die Opfer. Schon irre. Stranger, die ihn eigentlich mit Protokoll... Oh Gott! Es hat eine Mission! Neuzeite! Ich seh ihn! Ich bin gleich wieder down. Ach! Das läuft schwer überhaupt nicht gut. Verdammt! Er ist weg! Er setzt auch ein! 2 Wir müssen den Pinguin warnen! Keine Zeit! Pass einfach auf! Wir werden das nicht vermasseln! Wie kann man sich jetzt krallen hier? Der bereits ist sicher... Hat ich mit dem Schwein gehabt, ey. Energie ist wieder voll. Sehr gut. Okay. Puh Das war ja blöd mit dem blöden M.G. da hinten Das hat mir echt viel abgezogen Ja, komm Was ist mit der Fledermaus? Batman? Sorge dich nicht um Batman Die gehen soll bald nicht mehr Ja, er ist weg Er ist ein Nichts Ich hab's doch gesagt Der fette Pinguin Er wird überschätzt Egal, er gehört Ich hab euch was zu sagen Wie ihr wisst Und es bricht mir wirklich das Herz Haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet Um die Fledermaus zu erledigen Ich weiß, ich weiß Aber seht es doch mal so Wir sind verdammt reich Ja, ha, ha Ja, ha Seht es euch an Wundervolles Geld Ja, da ist er Keine Sorge, Junge Du kriegst dein Teil versprochen So Hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Wir warten Gebt einfach weiter Waffen an jeden Loser aus Damit eine Handvoll Geld vorbeikommt Die Abwachung mit Scarecrow gilt nur für begrenzte Zeit Der Clown ist tot Und Batman bald auch Dann gehört Gotham uns Und ich werde es mir nehmen Ich will alles Wenn jemand diese Stadt nur ansieht Will ich meinen Anteil Dann töten wir denn Dann töten wir denn Und die anderen Was? Two-Face hat in Arkham City Meinen Bruder getötet Er sollte tot sein Statt Banken auszurauben Das ist aber nicht Sinn der Tode Sie bezahlen uns nicht Fürs nett sein Gib dem Mann eine Zigarre Natürlich bringen wir Die verdammten Hässlichen Mistkerl rum Wir töten sie alle Jungs Okay dann schauen wir Wie wir jetzt da reinkommen Ah ich sehe schon Ich glaube wir können hier rein Greifhaken im Schacht entsetzen Achso da komme ich wieder hoch Alles klar Das brauchen wir aber nicht Wir müssen irgendwie runter Keine Ahnung was ich jetzt hier machen muss Sieh dir all diese Scheine an Wir werden so reich sein Da komme ich bloß wieder raus Alles klar Okay ich habe jetzt eigentlich Gar nicht viel Möglichkeiten Ich glaube ich musste jetzt hier killen Oder so 21 Null unbewaffnet Null bewaffnet 21 bewaffnet Das heißt Rein theoretisch könnten wir doch Jetzt alle hier Köln Der Arkham Knight Barbara Gordon Sag mir wo sie sind Sie hatte er also Die Kleine des Commissioners Ich brech dir jeden Knochen einzeln Cobblepot Sie wollten zu dem Namen Simon Steck Hier gehört ein Farmerunternehmen Oder sowas in der Arzt Was wollen die denn hier Lüg mich nicht an Ach du ich nicht Wirklich Sie sagten er verlässt Gothenwald Diese Luftschiffe über dem Westfrauber Was sind seine Mach ihn kalt Wir schießen Batman Fünf Lass ihn los Vier Wir machen nicht kalt Ist uns egal Drei Lass ihn los Sofort Zwei Deine Zeit läuft gleich ab Eins Zu spät Hä Ich konnte eigentlich nichts machen Hä Ich konnte gar nichts machen Ich werde mich fürsorglich Darum kümmern Hä Nochmal probieren Aber ich konnte es eigentlich Gar nichts machen Ich habe gedrückt Aber es ging nichts Okay probieren wir es nochmal Was ist mit der Federmaus? Batman Sorge dich nicht um Batman Den gibst Das wird großartig Er weiß nicht einmal Dass du hier bist Komm schon Jetzt komm her Der Arkham Knight Barbara Gold Sag mir wo sie sind Sie hat er also Die kleine des Commissioners Ich spreche dir jeden Knochen einzeln Cobblepot Sie wollten zu dem Kerl Namens sein Mir gehört ein Farmerunternehmen Oder sowas in der Hand Mich nicht an Gell Mach du dich nicht Wirklich Sie sagten Er verlässt Gothamwald Diese Luftschiffe über den West River Sind seine Mach dich kalt Wir schießen Batman Höhen Lass ihn lücken Das wird dir auch nicht helfen Stärken Ich brechen Du bist erledigt Batman Haltet ihn fest Ich hab meinen Schwinger perfektioniert Sieh zu und lernt Wird seine Rübe direkt von dem Du regelst das schon Was Keine Angst Nightwing Jetzt ist Papa dran hier Komm Die sind echt schnell Wahnsinn Mach dich bereit Lass wirken Komm Ja An der 21 Gegner Vorher haben wir gelesen Wer geflext Die Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen Das Depot muss zerstört werden Zerstöre des Waffendepots des Pinguins Okay Schauen wir mal Bruce Lass mich dir helfen Ich hatte alles unter Kontrolle Ich hab dir gesagt Ich brauche dich in Bloodhaven Scarecrow Diese Waffen Das alles geht auch Bloodhaven was an Hier ist der beste Ort für mich Sieh mal Bei der Menge an Waffen Die Pinguin nach Gotham gebracht hat Kann das hier nicht alles sein Er muss noch andere Depots in der Stadt haben Such nach Beweisen Das sollte uns dabei helfen Weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren Was für ein Wichser Den nehmen wir Aus dem Biss Ernsthaft Nimmst du ihm das Gehabe ab? Ich glaube ich geh mal ein bisschen hier raus Ich muss die Sicherheitstür schließen Die Explosion eindämmen Ah ja Schon ein bisschen krass Dass er das Ding da schiebt Was tust du Bats Komm schon Sperr mich nicht ein Ich mach was du willst Soll ich Wäsche waschen? Mach ich Alfred Hörsen? Kein Problem Mit dem würde ich nicht raus Ich bin noch zu nah dran Um die Ladungen zu zünden Wer wohnt denn hier hin jetzt? So Okay Ist anscheinend auch so eine Art Nebenmission Waffenschieber Depots Okay Na gut Leute Dann würde ich sagen Schauen wir in der nächsten Folge Wie es dann weiter geht Würde mich freuen Wenn ihr wieder einschaltet Wenn es euch gefallen hat Lasst mir natürlich ein Abo da Und ansonsten Bis zum nächsten Mal Ciao Euer Andi